Hallo und herzlich willkommen hier bei Lillis Soll & Pelle. Ich zeige euch heute, wie ihr dieses Jeanskleid nähen könnt. Das Jeanskleid ist ein bisschen aufwendiger zu nähen, aber es hat sehr schöne Details. Ihr seht, hier oben hat es den Kragen und den Steg, eine Knopfleiste, die bis zur Mitte geht, dann einen Gürtelteil, sowie hier die Manschetten und den Schlitz. Ich nähe heute eine etwas sommerlichere Variante mit Halbarm, da zeige ich euch, wie ihr ganz einfach auch die Ärmel kürzen könnt. Als erstes zeige ich euch jetzt mal ein paar Designbeispiele, die meine Probenäherinnen genäht haben. Als Stoffe eignen sich natürlich Jeans, da achtet darauf, dass er nicht allzu fest ist. Oder ihr könnt auch Chambray verwenden. Hier habe ich einen leichten Canvas verwendet. Natürlich lassen sich auch festere Webwarestoffe verwenden. Beim Zuschneiden müsst ihr darauf achten, dass in unseren Schnittteilen keine Nahtzugabe enthalten ist. Das heißt, ihr müsst sie hinzugeben. Ich verwende immer so 0,75 bis 1 cm Nahtzugabe. Am Saum solltet ihr 2 cm Saumzugabe hinzugeben. Bei den Ärmeln, die nähe ich jetzt ja in diesem Fall hier Halbarm, so dass ich auch hier 2 cm Saumzugabe hinzugegeben habe. Wenn ihr die ganz normale Variante aus dem Schnittmuster mit den Manschetten und dem Schlitz verwenden möchtet, dann könnt ihr ganz normal die Nahtzugabe von 0,75 auch hier dazugeben. Um die richtige Größe zu ermitteln, nehmt ihr eure Brustweite und vergleicht sie mit den Maßen in der Fertigmaßtabelle. Wer lieber mit Körpermaßen arbeitet, der kann bei uns auf der Website auch die Körpermaßtabelle einsehen. Die verlinke ich euch hier gleich nochmal unten. Genäht wird mit einem geraden Stich. Ihr solltet die Schnittteile auf jeden Fall vorher versäubern. Es sei denn, ihr möchtet sie hinterher mit der Overlock versäubern. Schneidet euch nun eure Schnittteile zu. Wir benötigen das Vorderteilmittel zweimal gegengleich, Vorderteilseite ebenfalls zweimal gegengleich, Vorderteilpasse zweimal gegengleich, das Rückenteil auch zweimal gegengleich, Die Rückenteilpasse wird einmal im Bruch zugeschnitten, die Ärmel werden zweimal gegengleich zugeschnitten und jeweils den Steg und den Kragen schneidet ihr ebenfalls zweimal im Bruch zu. Ich habe außerdem hier einmal mir Flieseline in exakt der Größe des Schnittteils ohne Nahtzugabe zugeschnitten für den Steg und werde damit gleich eine Seite von links verstärken. Ich habe hier Flieseline G710 verwendet, ihr könnt auch zum Beispiel H180 verwenden, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das gleiche mache ich auch bei dem Kragen. Ihr benötigt weiterhin das Gürtelteil für das Vorderteil und das Gürtelteil für das Rückteil. Hier seht ihr, dass Schlaufenpositionen eingezeichnet sind im Schnittteil. Die markiert ihr am besten mit so einem kleinen Knips. Das habe ich hier einmal hier markiert, dass ihr genau wisst, wo später die Schlaufen hinkommen. Dann haben wir hier einmal Vorderrockmitte, das wird im Bruch zugeschnitten, zweimal Vorderrockseite, das wird gegengleich zweimal zugeschnitten und der Hinterrock, der wird einmal im Bruch zugeschnitten. Und ganz zum Schluss haben wir hier noch einmal einen Streifen für die Gürtelschlaufen. Im Schnittmuster steht, dass man das mit 30 cm Länge zuschneiden muss. Ich schneide das immer einfach sicherheitshalber ein Stückchen länger zu, dann habe ich nicht solche Probleme am Anfang und am Ende das zu nähen. Das ist dann ein bisschen leichter. Dann können wir loslegen mit dem Nähen. Als erstes nehmen wir die beiden Rückenteile, legen sie hier einmal rechts auf rechts und nähen nun hier entlang die beiden Teile zusammen. Ich nähe das mit der Nähmaschine und anschließend versäuber ich das mit der Overlockmaschine. Dann klappe ich das Ganze auseinander, bügel die Naht zu einer Seite und steppe sie nochmal von außen ab. Wenn ihr hier das nun einmal zusammengenäht habt, seht ihr, dass das hier unten nun so ein bisschen so sich wellt. Das ist dazu da, dass es sich hinterher besser dem Rücken anpasst. Nun könnt ihr weiter oben einmal die Rückenteilpasse annähen. Ich klappe die dazu auf, legt sie hier oben rechts auf rechts an und näht ebenfalls einmal mit der Nähmaschine und dann anschließend versäubern, legt es um und steppt es ab. Wir machen jetzt weiter mit dem Vorderteil Mitte. Dazu müssen wir zunächst einmal die Knopfleiste umbügeln. Ich habe hier schon mal die Nahtzugabe nach innen gebügelt und entlang der Kante, die auch im Schnittmuster eingezeichnet ist, bügele ich nun die Knopfleiste nach innen. Das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Bei sehr leichten Stoffen könnt ihr hier die Knopfleiste zusätzlich auch mit Fleseline verstärken. Das muss ich jetzt bei diesem hier aber nicht machen. Ich drehe das einmal um und nun könnt ihr einmal hier entlang von rechts die Knopfleiste feststeppen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eine zusätzliche Naht hier ganz knappkantig entlang runter machen. Das macht ihr auf beiden Seiten. Nun nähen wir die Seiten des Vorderteils an die Vorderteilmitte. Dazu seht ihr, dass ihr im Schnittteil habt ihr hier so kleine Striche. Das sind die Passzeichen. Die habt ihr beim Vorderteilmitte auch. Und nun müssen wir darauf achten, übertragt euch die Passzeichen am besten auf euren Stoff. Ich habe hier wieder so kleine Knipse gemacht. Einmal hier und einmal da. Dass ihr, wenn ihr das feststeckt, dass ihr darauf achtet, dass diese Knipse jeweils aufeinander stecken. So, nun könnt ihr das einmal hier rechts auf rechts feststecken. Wenn ihr das nun hier einmal entlang festgesteckt habt, könnt ihr das mit der Nähmaschine zusammennähen und anschließend versäubern. Die Nahtzugabe habe ich nun einmal hier in das Mittelteil gebügelt. Das seht ihr hier. Und dann einmal knappkantig die Naht abgesteppt. Jetzt können wir die Vorderteilpassen annähen. Dazu achtet hier mal drauf, dass ihr hier auch kleine Passzeichen habt. Die habe ich mir hier markiert. Hier oben habt ihr auch ein kleines Passzeichen, sodass ihr seht, das passt so zusammen. Bei dieser Form verwechselt man das nämlich sonst leicht, dass es so rum ist. Aber das wäre falsch. Deswegen achtet in jedem Fall auf die Passzeichen. Und jetzt könnt ihr das rechts auf rechts legen, hier oben zusammensteppen, dann anschließend mit der Overlock versäubern und die Naht absteppen von rechts. Nun können wir die Vorderteile einmal aufs Rückenteil legen. Das macht ihr einmal so, dass hier oben die Passen an der Schulternaht hier oben bündig liegen. Zweite Seite genauso. Und nun näht ihr einmal hier und einmal hier die Schulternähte zusammen. Anschließend versäubert ihr sie, bügelt die Nahtzugabe um und steppt sie auch von rechts ab. Wir machen jetzt weiter mit dem Kragen. Ich habe hier die Außenseite des Kragens mit Flieseline verstärkt. Ich habe hier G710 verwendet, das hatte ich ja schon gesagt. Zugeschnitten ohne Nahtzugabe, das seht ihr. Und nun lege ich den rechts auf rechts auf den anderen Kragenteil. Und nun kann ich hier wunderbar entlang dieser Flieseline das wie so eine Schablone benutzen und beide Kragenseiten zusammensteppen. Das mache ich aber nur hier an den Seiten und hier oben. Hier unten lasse ich das offen. Wenn ihr nun den Kragen zusammengenäht habt, könnt ihr hier einmal ein bisschen die Nahtzugabe einkürzen. So. Besonders hier an den Ecken schrägt die so ein bisschen ab. Schaut aber, dass ihr auf keinen Fall in die Naht näht. Das könnt ihr hier auch ein bisschen einkürzen. Und nun können wir den Kragen einmal auf rechts wenden. Arbeitet euch die Ecken hier so ein bisschen, zum Beispiel mit einer Schere oder einem anderen Gegenstand, der so ein bisschen spitzer ist, aus. Das andere macht ihr hier drüben auch. Und nun bügelt ihr hier einmal sauber die Kante um, sodass das vernünftig aufeinander liegt. Und dann könnt ihr einmal von rechts knappkantig den Kragen hier entlang absteppen. Jetzt machen wir weiter mit dem Steg. Das ist so ein bisschen die schwierigste Stelle an dem Kleid, aber das schaffen wir zusammen auch. Ich habe hier unten einmal, hier seht ihr, die Nahtzugabe nach innen gebügelt. Das habe ich nur auf der Seite gemacht, wo wir auch mit Flieseline verstärkt haben. Bei dem anderen Steg habe ich das so gelassen. Und nun müssen wir zunächst diesen Teil einmal an den Halsausschnitt stecken. Ich habe nun einmal hier unser genähtes Teil auf die Puppe gezogen und mir hier hinten die hintere Mitte markiert. Genauso habe ich mir am Steg die hintere Mitte markiert und beginne von da an, hier seht ihr das, rechts auf rechts den Steg festzustecken. Das mache ich einmal zu dieser Seite und einmal zu dieser Seite. Ihr seht, der Steg steht hier ein kleines Stückchen über die Knopfleiste heraus. Deswegen ist es immer ganz sinnvoll, hier wirklich mit ordentlich Nahtzugabe zuzuschneiden, dass es nicht zu knapp wird. So, und nun näht ihr einmal den Steg entlang des Halsausschnittes einmal hier rundherum fest, bis hier vorne. Wenn ihr den Steg nun einmal hier festgenäht habt, bügelt ihr ihn nach oben. Die Nahtzugabe bügelt ihr ebenfalls nach oben. Und nun stecken wir daran den Kragen. Ich habe dazu hier hinten wieder die hintere Mitte markiert. Am Kragen habe ich ebenfalls die hintere Mitte markiert. Und stecke ihn nun mit der Krageninnenseite sozusagen, das ist die, die nicht verstärkt ist mit Flieseline, hier oben bündig an. So, das mache ich nun einmal wieder auf der Seite und auf der Seite. So, ihr seht, dass der Kragen ein Stückchen kürzer ist hier als der Steg. Das ist auch richtig so. Und nun könnt ihr im nächsten Schritt entweder den zweiten Teil des Stegs hier rüber stecken oder ihr fixiert hier oben erstmal den Kragen an dieser Stegseite in der Nahtzugabe. Einfach mit einem Heftstich, dann verrutscht euch das nicht so leicht. Ich habe jetzt hier den Kragen einmal hier oben entlang einfach nur in der Nahtzugabe fixiert, dann verrutscht er nicht so leicht. Nun drehe ich das wieder zurück. Der Kragen zeigt nach unten. Ihr habt hier oben noch die offene Kante und hier die hintere Mitte. Und an diese hintere Mitte stecke ich nun den zweiten Teil des Stegs. Ihr seht, die Bügelkante, die ihr zuvor umgebügelt habt, zeigt hier nach oben. Und nun stecke ich das einmal nach der A und einmal hier lang neben fest. So, wenn ich das nun hier einmal festgesteckt habe rundherum, dann klappe ich hier unten diese kleine Nahtzugabe, die ich umgebügelt hatte, nochmal nach unten und nähe nun hier in Verlängerung der Knopfleiste hier ab diesem Punkt einmal oben entlang den Steg fest. Ich zeige euch das nochmal. Hier habt ihr die Knopfleiste, hier ist die umgeklappte Nahtzugabe. Ab diesem Punkt hier in Verlängerung der Knopfleiste näht ihr das nun fest. Ich habe hier nun den Steg einmal festgenäht rundherum. Nun habt ihr hier vorne noch ein bisschen überstehen und hier, das könnt ihr gleich ein bisschen einkürzen, kürzt aber lieber erstmal vorsichtig Schritt für Schritt ein, bevor ihr zu viel abgeschnitten habt. Hier unten hattet ihr ja die Nahtzugabe umgebügelt. Gut, ich schneide hier jetzt mal ein bisschen ab. Hier oben im weiteren Verlauf könnt ihr auch die Nahtzugabe ein bisschen einkürzen. Und nun wendet ihr den Steg hier einmal rundherum rüber. So, und nun müsst ihr gleich das einmal so bügeln, dass ihr hier die umgeklappte Nahtzugabe hier über eure Ansatznaht so ganz knapp legt. Hier oben die Kante wird gut gebügelt. Das ist da, wo euer Kragen dann hier dran steckt. Und wenn ihr das gleich einmal gut gebügelt habt, müssen wir das einmal feststecken. Ich habe jetzt hier einmal diesen ganzen Bereich ordentlich gebügelt, sodass hier die Kante sauber ist. Und hier seht ihr nun, dass diese umgebügelte Kante ganz knapp über dieser Naht, die ich hier vorher genäht habe, liegt. Das muss ich nun einmal sauber rundherum feststecken. Ich mache das am besten von außen, da wir auch gleich von dieser Seite nähen. Dann kommt ihr besser an die Nadeln ran. Ihr könnt das so ein bisschen erfühlen, wie das liegen muss. Fühlt einmal hier oben und hier unten, ob die beiden Kanten eben übereinander sind. Und so steckt ihr nun einmal hier rundherum den Steg fest. Hier vorne seht ihr, das ist immer die knüffeligste Stelle. Da habe ich einfach alles nach innen gebügelt und dann hier sauber rüber gearbeitet. Und hier stecke ich jetzt auch nochmal eine Nadel rein, damit das gleich nicht verrutscht. So, und nun nähe ich einmal hier unten und dann hier entlang und an der Oberkante einmal den Steg ab. So, ein bisschen rum und dann hier entlang wieder zurück. So, wenn ihr das nun geschafft habt, seht ihr, habt ihr einen wunderschönen genähten Kragen hier oben. Jetzt machen wir weiter mit den Ärmeln. Das Jeanskleid wird ja eigentlich am Ärmel mit einem Schlitz und Manschetten genäht. Ich möchte aber, da ich jetzt ein bisschen was Lommelicheres mir nähen möchte, einfach mit Halbarm nähen. Wenn ihr nochmal nachschauen wollt, wie ihr den Schlitz und die Manschetten näht, schaut mal in unser Video von der Marisol Bluse. Das verlinke ich euch hier. Nun habe ich mir hier aber einmal ein Halbarm zugeschnitten. Und an welcher Stelle ihr das kürzt, das zeige ich euch jetzt einmal. Am besten kürzt ihr nämlich so, dass ihr euch das Schnittteil für den Ärmel einmal anlegt. Und viele legen das einfach hier an, aber tatsächlich wird das ein Stückchen weiter oben, der höchste Punkt der Armkugel, wird hier oben auf der Schulter angelegt. Und dann könnt ihr einmal euch selber entscheiden, wo ihr das genau kürzen möchtet. Möchtet ihr einen Kurzarm oder möchtet ihr einen Halbarm? Ihr könnt, wenn ihr möchtet, wenn ihr alleine seid und niemanden zur Hilfe habt, hier euch das oben mit einer kleinen Nadel fixieren. Und dann fühlt ihr einmal runter, bis wohin eure Stelle wäre, an der ihr das gerne kürzen möchtet. Ich habe mich jetzt hier, wie gesagt, für einen Halbarm entschieden, der knapp über dem Ellenbogen aufhört, ungefähr hier. Den Halbarm möchte ich später einfach nur säumen. Deswegen versäuber ich jetzt hier schon mal einmal die Unterkante. Wenn ihr nun eure Unterkante einmal versäubert habt vom Ärmel oder alternativ die Version mit den Manschetten und dem Schlitz schon mal vorbereitet habt, könnt ihr die Ärmel annähen. Dazu guckt ihr einmal, dass ihr hier dieses kleine Passzeichen, was am Vorderärmel ist, auch nach vorne habt. So, und dann nehmt ihr den höchsten Punkt des Ärmels und steckt den hier rechts auf rechts an eure Schulternaht. Und nun steckt ihr einmal diese Seite hier entlang des Armausschnitts und diese Seite dort entlang. So, wenn ihr nun einmal den Ärmel hier entlang festgesteckt habt, könnt ihr hier einmal Ärmel und Armausschnitt zusammennähen. Eure Ärmel sind hier nun einmal eingenäht. Ihr seht, dass das Oberteil schon weitestgehend fertig ist. Jetzt machen wir weiter mit den Gürtelschlaufen. Für die Gürtelschlaufen könnt ihr nun euren Streifen nehmen und den einmal längs in der Mitte bügeln und dann nochmal die Außenkanten zur Mitte hin bügeln. Und dann könnt ihr das Ganze einmal zusammenklappen und nochmal bügeln, sodass ihr einen langen Streifen habt. Und nun steppt ihr einmal hier die Außenkante und einmal hier die Außenkante knappkantig zusammen. Anschließend könnt ihr euch einfach vier gleichgroße Teile zuschneiden für die Gürtelschlaufen. Ich habe hier nun einmal unseren Streifen in entsprechend vier Teile gekürzt. Und nun kann ich die auf unsere Gürtelstreifen, Gürtelteile legen. Ich hatte hier ja mir einmal die Schlaufenposition markiert. Achtet darauf, dass ihr das vordere und das hintere Gürtelteil nicht verwechselt. Die sehen nämlich relativ ähnlich aus. So, nun lege ich die einfach nur hier drauf. So, hier habe ich die andere Position. Hier ebenso. Und hier. Und jetzt fixiere ich sie hier oben mit ein paar kleinen Stichen einfach nur in der Nahtzugabe, dass die nicht mehr verrutschen können. Ihr seht, ich habe hier nun einmal die Gürtelschlaufen einfach drauf fixiert. Hier in der Nahtzugabe. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Rock. Der Vorderrock besteht aus drei Teilen, während der Hinterrock durchgehend zugeschnitten wurde. Bei dem Vorderrock müsst ihr nun einmal das Vorderteil Mitte, so wie eure Seitenteile nehmen. Die legt ihr rechts auf rechts. So. Und näht nun hier einmal entlang mit der Nähmaschine, anschließend mit der Overlock die Schnittteile zusammen. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso. Wenn ihr eure Seitenteile nur an den Mittelrock gedäht habt, könnt ihr einmal die Nahtzugabe hier zur Mitte bügeln und einmal knappkantig absteppen. Und nun näht ihr euer Gürtelteil, einmal, hier seht ihr die Schlaufen, die kommen im Prinzip in Verlängerung hier eurer Nähte ran. Und nun habt ihr hier einmal die mittlere Mitte, so, und steckt das nun einmal hier entlang und da entlang fest. Wenn ihr hier nun einmal das Gürtelteil festgesteckt habt, könnt ihr das hier entlang feststeppen. Bevor ihr nun den Vorderrock an das Vorderteil annäht, müsst ihr einmal eure Knopfleisten passend aufeinander legen, so wie es auch im Schnittmuster eingezeichnet ist. Da habt ihr hier die Knopfpositionslinie, die muss aufeinander liegen, so, und dann fixiert ihr hier unten einmal in der Nahtzugabe beide Knopfleisten übereinander. Dann kann das später nicht mehr verrutschen. Wenn ihr nun eure Knopfleisten hier unten einmal miteinander fixiert habt, dass die nicht mehr verrutschen können, könnt ihr hier unten dran die Oberkante des Rockes stecken. Dazu lege ich die hier rechts auf rechts, beginne bei der vorderen Mitte und stecke sie einmal hier lang und einmal da lang fest. Wenn ihr nun eure Rockteile angenäht habt, an das Vorderteil und das Rückenteil, legt ihr einmal euer komplettes Kleid rechts auf rechts. Hier einmal die Armel, längs bitte ich ebenfalls rechts auf rechts. Und jetzt könnt ihr einmal in einem Zug vom Ärmelsaum runter bis zum Kleidsaum die Seitennähte schließen. Das Kleid könnt ihr nun einmal auf rechts drehen. So, dann seht ihr, das sieht schon wunderbar aus. Jetzt werden hier in die Knopfleiste noch Knopflöcher und Knöpfe eingenäht. Da schaut am besten eure Betriebsanleitung der Nähmaschine an, da ist meistens sehr genau erklärt, wie ihr das am besten näht. Und schaut hier, dass ihr den Abstand so, wie es zu eurem Kleid passt, zu euren Knöpfen passt, entsprechend wählt. Am besten positioniert ihr die Knöpfe hin und her. Und nun müssen wir nur noch einmal die Ärmel und einmal den Rocksaum säumen. Für die Ärmel habe ich hier einmal die Unterkante versäubert, nach innen gebügelt und rundherum abgesteppt. Und genau so mache ich das auch hier unten am Rocksaum. Ich zeige euch das nochmal. Hier habe ich das einmal versäubert, nach innen gebügelt und von rechts rundherum abgesteppt. Fertig ist euer Jeanskleid. Ihr könnt das Schnittmuster als Papierschnitt und als E-Book bei uns im Shop kaufen unter www.lilisolompelle.de Ich verlinke euch das hier unten aber natürlich auch nochmal. Und wenn ihr Lust habt, dann hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.